Ihr verliert einfach jedes Spiel und wisst nicht warum, dann holt euch jetzt ein richtiges Team auf Golda.com Herzlich willkommen meine Freunde zu einem neuen Pack Opening und die 35k-Sets sind draußen Ein paar Special Packs zu diesem Special Team of the Week, schaut es euch an Obamian in Form Second, in Form Stürmer Alter, ne, ne, den müssen wir unbedingt holen Ne One-Man-Show wird es geben mit diesem Spieler auf jeden Fall 100 pro Leute, da wollt ihr natürlich noch die Vergangenheit bringen Vielleicht kommt sie morgen oder übermorgen, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme Ich bin noch krank und warum kam seit 5 Tagen kein Video? Weil ich seit 5 Tagen krank war Und als ich wirklich vor 3-4 Tagen, als es da richtig ausgeschlagen hat Ja Jungs, ich dachte mir, ich sterbe fast Jungs Ich war nur im Bett, ich konnte nichts machen Freunde, ohne Spaß Ich wäre fast gestorben Nein, okay, Spaß, der Seite, also so schön war es jetzt auch nicht Aber, ja, hat mich schon aus der Bahn geworfen Freunde Aber jetzt hat uns EA ja hier wieder mit 35k-Sets bestückt Und da sind wir natürlich wieder froh auf, munter Und da werde ich jetzt natürlich auch gleich die Packs öffnen Und vielleicht ziehen wir ja dann sogar hier einen Yaya Touré Man of the Match Oder, ja, Aurier, Ayu, Shikawi, Inform ist natürlich auch okay Ja, also nehmen wir natürlich auch gerne mit Und ich würde sagen, wir gehen gleich zum ersten Pack Bevor es losgeht mit den 35k-Sets, Freunde Schaut mal bei HansaFan966 vorbei In der Beschreibung verlinkt direkt mein zweiter Channel Wo ich NBA 2K15, Let's Plays, Videos mache My Team, My Career, mal schauen Lasst euch überraschen, was da alles kommen wird Da sind auf jeden Fall jetzt auch schon zwei Videos hochgeladen Also, wer Bock drauf hat, wer sich für NBA und für Basketball interessiert Sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen Und dann würde ich sagen, ja, Link in der Beschreibung Und jetzt beginnen wir auch gleich mit dem ersten Pack hier Mit Aubameyang in Form, mit Aubameyang in Form, mit Aubameyang in Form Natürlich Aubameyang in Form Ja, Freunde, also, ja, also, ja, okay Wir müssen es vielleicht ein bisschen sanfter angehen Wir nehmen jetzt Yaya Toure, Man of the Match Yaya Toure, Man of the Match Yaya Toure, Man of the Match 5 Millionen oder wie viel der kostet Hier im Pack Samba, Samba Philippe Santana, ach, den sehen wir auch mal Und Campbell, jetzt bei Villarreal Wir haben noch drei Packs über Aber wir werden natürlich dann noch auf dem anderen Account Noch die restlichen 35k-Sets ziehen Denn die Coins sind ja so billig Also, vor allem hier bei meinem Sponsor Schaut mal vorbei, meine Schwarz-Seite Link in der Beschreibung Wenn ihr mich unterstützen wollt Und, ähm, genauso gute Packs ziehen möchtet wie ich Dann, äh, solltet ihr auf jeden Fall da mal vorbeischauen Also, besser geht's ja nicht hier, ne Also, bei den Packs kann man, da kann man schon neidisch werden Die sind schon echt übelst krank, Jungs Also, so krank wie ich, äh, auf jeden Fall auch, ne So, nächstes Pack, nächstes 35k-Set Und jetzt ziehen wir hier, und jetzt ziehen wir hier, äh, Shikawi Manzukic, Mario Manzukic Habt ihr es gestern gesehen, ja Manzukic, Bayern, kann man ja mal sagen Ähm, ja, 8 zu 0 gegen HSV Also, war auf jeden Fall krass Aber das krasseste Spiel war auf jeden Fall, äh, hier Äh, Wolfsburg gegen, äh, Leverkusen Oder andersrum Leverkusen gegen Wolfsburg Oh mein Gott, Dost hat mal wieder zugeschlagen Ich glaub, Bender hat sich die Dost-Maske aufgesetzt Und, ähm, ja Auf einmal läuft's, ne Also, auf einmal läuft's bei ihm Ähm, liegt wohl daran Letztes Pack, Freunde Letztes Pack Letztes Pack Für diesen Account, Freunde Für diesen Account natürlich Ähm, aber trotzdem ist es immer etwas Besonderes Das letzte Pack zu sein Denn, jetzt wird hier, äh, Jaya Touré Man of the Match drin sein Buzufa Buzufa Abelor Abdenur Oh ja Oh ja Die hab ich mir schon immer gewünscht So, da sind wir auf unserem anderen Account Und die Web-App ist ja auch schon seit über einer Woche wieder down, glaub ich Oder auf jeden Fall seit Freitag Keine Ahnung Die Upgrades kommen auch nicht Warten wir mal ab Dann sollten sie wahrscheinlich nächste Woche Freitag kommen Ähm, ja Man weiß ja nie bei diesen Ähm, guten Ähm, EA Bei den lieben EAs Da weiß man ja nie Also, ähm Die sind doch eigentlich Sonst immer so nett Und, äh Geben uns hier gute Spieler Ramirez Ramirez Für ein 35k-Pack Geht auf jeden Fall durch Dann haben wir hier Varan Dann haben wir jetzt kein Inform gezogen Wie lange haben wir allgemein kein Video mehr gemacht Also, ich glaub's ja nicht Aber ich versuch's wirklich jetzt Ich versuch's Ich versuch's wirklich regelmäßig jetzt zu bringen Also, man Keiner kann ja wissen, dass man Wirklich so Verhindert ist, ne Äh, ja, okay Ähm, äh, hier Dummes Rumgelaber Ihr werdet's auf jeden Fall sehen Morgen übermorgen Die Vergangenheit Wie ihr euch es gewünscht habt Und im nächsten Pack Hulk Ja, der war mal was wert Der war mal was wert Aber, ja Heutzutage Schreibt mal was ihr Äh, schreibt einfach mal rein Was ihr gezogen habt Ich zieh ja hier nur geile Sachen Mignolet Mignolet Boah 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 Alter, bitte nicht Bitte nicht zugute hier Also Boah 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 Oh mein Gott, Mann, ey Noch nicht mal so funktioniert das Ja Ja Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen, Jungs Schreibt rein, wenn ihr wisst Aus welchem Land es kommt Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt Ich denke mal nicht, aber Ich zeig's euch trotzdem Ja, ich bin nämlich rich hier in diesem Land Spaß, Freunde Spaß, Mann Nein Schreibt mal rein, was das für ein Land ist Und der Gewinner bekommt 15 Millionen Coins Spaß Ja, okay So, Freunde Das war jetzt das letzte Oder das ist jetzt hier das letzte Pack Und da werden wir jetzt hier Oh, oh, oh Oh, Bambi Young In Form Sehen Oh, Chesh Fabricas Schwere Geburt Schwere Geburt Uns das echt anzutun Oh, oh Oh, ja, ja, ja Doch, gar nicht mal schlecht Dummier Bei Ars Rom Den wollte ich schon immer mal ziehen Und da ist er Der ist er Perfekt Ja, es war nichts mehr wert 20.000 vielleicht Aber Wir haben ihn schon mal gezogen, ne Lass da gerne ein Abo da Ich zock das Spiel sowas von krass, ne Ich, seitdem ich krank war Ich hab's durchgesuchtet, Jungs Durchgesuchtet Immer als die Schule hatten Naja, diese Opferschule Ich zock einfach Zack, zack, zack Okay, Freunde Das soll's gewesen sein Macht's gut, haut rein Und bis zum nächsten Mal